So, und da sind wir wieder bei Let's Play Dragon Quest 6. Wir haben Somnia erreicht und sind nun Rekrut und ich habe trainiert, denn ich war ziemlich schlecht. Von daher, ich habe trainiert. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt Level 7, also von Level 5 auf Level 7 und Geld gesammelt. Ich habe jetzt 941 Gold und werde damit jetzt mir Ausrüstung kaufen. Ich hoffe, das reicht. Ich hatte keine Lust, noch weiter zu trainieren. Die Steiner kann ich nicht benutzen. Boomerang. Oh, 38 macht das höher. Diese geflügelte Waffe kann alle Feinde zugleich angreifen. Das ist doch mal perfekt. Ja, den kaufe ich. Boah, ist der teuer. Scheiße. So, damit will ich mich jetzt ausrüsten und... Mann, wäre ja auch dumm, wenn man nicht etwas kauft und sich dann nicht damit ausrüstet. Ja, ja. Sehe ich auch so. Ähm, ja. Mehr warum nicht? Ich könnte jetzt noch meine Waffe verkaufen. Wo ist das? Der Bambusbär. So. Sehr schön. Nein, möchte ich nicht. So. Ah, da ruckelt es mal wieder. Ist ja klar, kennt ihr. So, willkommen Rüstungsladen. Kann ich euch behilflich sein? Ja. Was möchtet ihr kaufen? Oh, das ist aber auch ziemlich teuer alles. jeder Hahn ist 25, Schuppenpanzer an 29, 25, 28, und das tragisch. Wie viel wäre denn die beiden Schuppen? 350 plus 180 macht 530. Ja, das habe ich sogar noch. Dann kaufen wir einmal das. Und wollen uns gleich damit ausrüsten. So, und dann auch den Schuppenpanzer, Schuppenschild. So, auch Mario. Und auch damit jetzt ausrüsten. Dann würde ich ganz gern meine alten Sachen verkaufen. Wo ist denn das? Da, Reisegewand. Jo. Und, ähm. Den, den, das andere Schild da. Habe ich gar nicht mehr. Ach, ich hatte gar kein Schild. Okay. Hier, dann war's das. Dann kaufe ich mir, glaube ich, noch ein bisschen Heilkraut. Und dann geht's auch schon los in das, ähm. Wieder mal in die Burg da. Also in den Turm. 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 Und zwar Heilkraut. Mario. Was ist das andere denn? Feindliche Angriffe. Lässt einen an zuvor besuchte Orte zurückkehren. Na, noch nicht. Ich glaube, es ruckelt immer mehr. Das ist echt schon schlimm. Ich weiß auch nicht genau, was ich dagegen tun soll. Nein, nicht nur eins. Na, äh. Ja, Mario. Na gut. Ich habe ja eh noch welche im Lager. Von daher ist das ja nicht so schlimm. Und, ähm. Wir gehen jetzt noch einmal ins Blablabla-Dings. Ins Schlafteil. Und dann gehen wir in die Burg. Und ja, ein angenehmen Aufenthalt. Ich denke mich auch. Und vielleicht schaffen die die Burg ja auch heute in dem Part. Ich meine, wir haben noch elf Minuten Zeit. Das sollte wohl klappen. Ich bin ja jetzt viel, viel stärker, hoffentlich. Jetzt sterbe ich sofort. So, so. Mal schauen. So, jetzt können wir ja mal sehen. Bin ich stärker? Ich kann jetzt alle zusammen angreifen, ne? Ach, dafür ist... Na gut. Ist auf jeden Fall sehr gut. Aber dafür zieht er halt nicht mehr ganz so viel ab. An einem Gegner nicht mehr ganz so viel ab, glaube ich. Ach doch, ne? Doch, geht doch. Oh. Perfekt. Ja, also der Bumerang, ähm... Den kann man ja nur empfehlen. Damit bin ich ja jetzt unverwundbar. Naja, bestimmt auch nicht, aber... Auf jeden Fall schon. Okay, das tut auf jeden Fall weh, wenn ich da reingehe. Das mach ich also nicht nochmal. So, was ist das denn? Kann ich da irgendwas machen? Okay, es ist extra ein Labyrinth zum Drehen, wo man so viel dreht. Aber... Da hab ich ja keine Probleme mit. Naja, Schwächung und steigt um 18 oder so. Die mich auch. Man merkt auf jeden Fall schon, dass ich stärker geworden bin. Das dauert nicht mehr so lange. So, geh ich mal da raus. Da. Okay. Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Ähm. Da oben ist noch eine Treppe. Hör auf zu ruckeln, Mann! Äh. So. Ach, jetzt auf einmal nicht mehr, oder wie? Ach, jetzt bin ich hier. Bei der komischen Tüssel. Die meinte, hier wäre es unbedingt drin. Und ein Chimärenflügel. Ach ja, und, ähm, ich hab Magie erhalten. Und zwar ist es Cook und noch eine Schwächung. Weil das sieht man nur im Kampf. Cook ist, damit kann ich durch Truhen schauen, was da drin ist. Also, was für eine Art da drin ist. Und mit Schwächung kann ich halt hier... auch halt die Gegner schwächen, wie das der Typ da gerade auch bei mir gemacht hat. So, das sind all die Neuerungen, die passiert sind. Ja, ja, ja. Du bist ja auch tot, tot, tot. Also, hier war es nicht drin. Dieser tolle Gegenstand. Dann gehe ich mal ein hoch. Da ist eine Wache. Hey, wo wollt ihr denn hin? So wie ich das sehe, habt ihr zwei Möglichkeiten, an mir vorbeizukommen. Entweder ihr nehmt den langen Weg außen herum. Oder ihr könnt versuchen, mich aus dem Weg zu räumen. Was meint ihr, Junge? Kampfgefällig? Ja, und ich mach auch keinen Safe-State. Ich schick das jetzt so hin. Angreifen. Kaboom. Angreifen. Kaboom. Das schaff ich. Los. Angreifen. Jetzt stirbt, Mann. Ich hoffe, der hat nicht so viel Energie. Das schont seine Kräfte. Das heißt, der kriegt mega, so einen Mega-Angriff. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mich heilen. Magie, Heilung. So. 20 Punkte. Spinnt der? Ich heile mich lieber nochmal. So. Und jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Mach ich mal Magie und dann mach ich mal Schwächung. So. Seine Zauber gerinkt seine Abwehrkraft. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, wenn ich ihn jetzt angreife, müsste es richtig stark sein. Und 17. Naja. Jetzt stirb. Wie viel hat der denn? 1000? Das ist doch unglaublich. Der Turmwächter ist besiegt. Ja. 95 Erfahrungspunkte. Juhu, ich hab Level 8. Und mein LP-Maximum steckt um 6 und mein MP-Maximum steckt um 3 und meine Werte verbessern sich. 2 und Weisheit um 4. Juhu. Und wir lernen einen neuen Zauber. Teleportation. Supi. Und ich hab ihn besiegt. Und es ruckelt. Mare untersucht die Schatztruhe. Und erhalte Geld. 130 Goldmits. Und da ist doch was. Oder? Nein. Schade. Wozu bin ich jetzt hier hingegangen? So, da sind Gegner. Ich wollte eigentlich... Das war ein großer Fehler, Mare, glaube ich. Okay, doch nicht. Ich hab keinen Schaden. Oh. Dann greife ich doch gleich nochmal an. Ja, also. Diesmal war meine Verteidigung wirklich richtig gut. Aber ich heile mich trotzdem. Und nicht reden... Magie... Heilung. So. Toll. Na gut. Dann muss ich doch anscheinend raus. Ich denke, dann bin ich auch so weit oben, dass ich dann mit dem einen da bin. Weil der war ja auch ganz oben der, mit dem ich schon im... Anfang, in der Anfangssequenz zusammengekämpft hab. Der glatzköpfige Dummkopf. Mit dem... rosa Iroh. Ich hoffe mal, wir treffen ihn da jetzt. Anscheinend nicht. Doch, da ist er aber. Oh, wir sind noch eins weiter unten. Bewegt er sich? Also, ich rede erstmal mit dem Typen, der da ist. Hey Kumpel, schön dich wiederzusehen. Ich kenne ihn noch vom Schloss. Hast du den Schatz dort unten gesehen? Geh doch mal nachschauen. Ganz sicherlich nicht. Der will mich ein bisschen nur verarschen. Oh, oh. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht runtergehen. Ich wollte unten lang. Da. Ja. So, und jetzt wollte ich mit dem Typen reden. Mit dem hier. Das ist doch dieser... Ich werde den in den Hintern treten. Hiho. Warte. Der Boden macht, was er will. Der Tortugia-Turm soll ja miese Tricksturm heißen. Gut, jetzt muss ich rechnen. Oder gucken, wie ich das mache. Aber ich hab den Weg schon. So. Schauen wir nicht um. Und da geh ich natürlich nicht hin. Obwohl, vielleicht... Oh, Abkürzung. Jetzt könnte ich runter zu dem gehen. Was ich sogar muss, denn sonst fliege ich ganz weit runter. Oh, und das ist okay. Hö. Ahoi. Wir haben uns schon mal gesehen. Mein Name ist Schnitz. Und wie heißt du? Mario. Okay. Okay. Bist du wohl wegen der Testsache? Ja. Keine Ahnung, wer gewinnen wird. Aber wenn ich es nicht bin, hoffe ich, dass du es schaffst. Viel Glück und Erfolg und so weiter. Ja, nämlich auch. Ich gewinne. Gut, dann geh ich ja mit noch. Ein weiterer Prüfling. Was? In Ordnung. Hört zu. Dort vorne befinden sich drei Türen. Ihr könnt irgendeine oder alle öffnen. Vor jeder Tür sitzt eine Person. Diese Leute haben etwas zu sagen, also hört gut zu. Nur einer von ihnen sagt wirklich die Wahrheit. Ihr müsst euren Verstand benutzen, um mit dem Lügnern auf die Spur zu kommen. Okay. Hey, kommst du öfter her? Tut mir leid, das zu sagen müssen. Aber hinter dieser Tür ist nichts. Die Tür, die du suchst, befindet sich rechts. Das ist die Gewinner-Tür. Hör zu, Söhnchen. Ich habe in meinem langen Leben schon viel gesehen. Diese Falten und Falten der Weisheit. Darum sage ich dir ganz ehrlich, geh nicht durch diese Tür. Du wirst dir wehtun, Sohn. Okay, man kann leider nicht schieben. Der Mann ganz links sagt die Wahrheit. Du siehst wie ein kluger Junge aus. Ich weiß, du glaubst mir. Sei vorsichtig. Also anscheinend soll die Tür richtig sein. Ich rede nochmal mit dem. Ich hoffe mal, dass das gestimmt hat. Weiter, Göttin, ihr habt es schnell hierher geschafft. Hauptmann Schneidich hat für diesen Test eine ziemlich clevere Freiwilligentruppe zusammengetrommelt, würde ich sagen. Ihr habt den Ton ein, zwei deutlich bezwungen. Bitte nehmt diese glänzende Belohnung an. Mario nimmt den Goldring entgegen. Mario hält den Goldring. Und jetzt bringt das hier schnell wieder Blitz ins Schloss zurück. Das heißt natürlich nur, wenn ihr denkt, dass es dieser Ring ist, den Hauptmann Schneidich möchte. So, dort ist eine Mini-Medaille. Und die Bücher sehen alle ziemlich langweilig aus. Hm. Ich guck natürlich nicht alle. Denn hier ist auch noch was. Und zwar... Ich untersuche die Schatztruhe und Heilkraut ist dort drin. Ich lass mich doch hier nicht beirren. Da muss ja auch noch was sein. So... Und... Leider... Leider ist dieser Party auch schon beendet. Was wir dort hinter sehen... Nein, wir gehen hier noch hoch. Keine Sorge. Aber... Was hinter dieser Truhe... Treppe ist... Das erfahren wir erst im nächsten Part. Also, bis dahin. Bye, 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 bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.